Bruder, wer ist denn die wichtigste Frau in Ihrem Leben? Meine Mutter war und ist die wichtigste Frau in meinem Leben. Warum? Was macht sie aus? Ja, das hat eine Vielzahl von Gründen. Ihre Sensibilität, dieses feine Aufspüren, auch in der Kunst, und dann aber eben auch so eine Neigung, Sachen sehr konsequent und sehr radikal durchzuziehen. Aber auch für meinen Vater, für die Sensibilitäten war sehr meine Mutter zuständig. Und ich habe auch ansonsten um mich herum fantastische Frauen, die sind auch eine sehr stark frauenbesetzte Band auch und Firma, also auf die Social Media, was sie ja alles machen, Kameras sind tolle, wahnsinnig viele Frauen. Und das ist fantastisch so. Die sind feiner und sie haben auch die ordentliche Power. Das ist genau richtig. Was machen Frauen denn anders als Männer? Das kann ich so im Einzelnen jetzt auch nicht sagen. Sondern, ja, weniger dieses Ellbogen-Macho-mäßig. Das mag ich, diese Machos, da kannst du mich mit scheuchen, das mag ich gar nicht. Ja, so sensibel gucken, das können Frauen oft besser als viele Männer. Ja, okay, gut. Okay, ich habe noch einen kurzen Fall.